Was dagegen, wenn ich mich... Nein, bitte. Und? Hast du eine Freundin? Ja. Du hast gezögert. Hatten wir eine kleine Krise. Siehst du aus, als ob ich eine Krise hätte? Also jeder, den ich kenne, hat eine Krise. Ich weiß, sie sollte mein erstes in der Lebensmittel kriegen, aber ich glaube, mit unserem Stoffwechsel ist was passiert. Mit unserem Stoffwechsel? Stoffwechsel. Du bist so wie dieses Arschloch. Was bezweckst du damit eigentlich, dass ich wahnsinnig werde? Hört mir zu. Kann ich nochmal miteinander reden? Was willst du? Reden? Du kommst hierher und quatschst mich voll mit deinem Gelaber. Was willst du? Hast du wirklich das Gefühl, so kannst du alles wieder gut machen? Nein. Ja. spurst du mit deinem Gelaber. Okay. Zu İst.